Bitte, Mr. Krabs, Sie müssen mir helfen. Wenn Sie heute Abend herkommen, sehen Sie, dass ich bloß ein Angeber und ein Loser bin. Oh, Buhu, da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Nein, ernsthaft jetzt. Schon klar, das ist wirklich die kleinste Violine der Welt. Siehst du? Mr. Krabs, bitte lassen Sie mich heute Abend das Restaurant führen. Ich muss Siegbert unbedingt beeindrucken. Sieg, 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 Siegbert.